Guten Tag, mein Name ist Sascha Rader und ich bin gerade bei der IHK in Hannover. Hier bin ich Prüfer für die Fachleute für Immobiliardarlehen mit dem Abschluss vor der Industrie- und Handelskammer. Und warum ist es so? Warum bin ich ehrenamtlicher Prüfer? Weil das Thema Qualität in der Beratung mir so wichtig ist. Und ich möchte, dass Finanzberatung von sachkundigen Menschen ausgeübt wird. Und deswegen bin ich hier ehrenamtlicher Prüfer. Und ich bin nicht nur bei der IHK Hannover ehrenamtlicher Prüfer. Ich bin auch beim Deutschen Berufsbildungswerk für Vermögensberatung ehrenamtlicher Prüfer. Und auch da achte ich darauf, dass die Damen und Herren, die beraten wollen, sachkundig sind. Und wenn du einen Beruf ausüben möchtest mit hoher Sachkunde, wo auf Qualität Wert gelegt wird, dann ruf mich an. Dann schreib mich an.